Musik 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 Jetzt haben wir die Ebene auch komplett. Musik Jetzt könnte die Bar mal hier unsere Abholer, könnten sie mal pushen, ne? Ah, nicht schon wieder die scheiß Spinnnetze. Schalten mal auf das Rote um. Aber wir haben so viel Blau hier rumliegen, ne? Aber wir müssen ja gar nicht mehr sammeln, wenn wir jetzt runtergehen, sammeln ja aber alles auf, ne? Das ist geil. Komm, wir haben noch Zeit. Pushen wir noch die Gegner. Unsere Wächter sind ja relativ gut. Also das ist auf jeden Fall ein dickes Pluspunkt, ne? Was unsere Plattform auch noch sammelt. So, wir gehen eine Etage tiefer und wir ziehen ab. Aber irgendwas, das wehtut? Ne, ne? Oh, ist das mies. Richtig hier oben noch ein paar Laserkanonen ein? Ja, komm. Ich muss eigentlich MGs bauen, ne? Das ist die Quest. Aber ist schon ganz gut. Die werden hier jetzt aufgehalten, dann werden sie alle verlangsamt. Ist doch schon ganz cool. Das ist das, was wir sehen. Oh, unser Kerl nimmt ein bisschen Schaden. Wir können ja reparieren, so ab und zu mal. Oh, diese Mistfliege hier, ne? Weg von der Cam! Jetzt verarscht die mich hier auch noch. Das ist geil, dass alles eingesammelt wird. Bleibt nie wieder was liegen. Dann nächste Plattform. Boah, der Stein ist mies. Mach ihn schneller kaputt, bitte. Ach, war klar. Ein Sammler ist draufgegangen, schade. Ja. Ja. das minigun geschützt ach komm ey nur Schrott immer ey ich will so ein dreifacher angriff danke Claudia falsch erwischt ich will so ein dreifach 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 Der Minenbohrer, den nehmen wir doch direkt mal mit rein. So, und jetzt gucken wir mal hier, dass wir mal ordentlich Wumms hier oben reinmachen. Ich habe keinen, was Wumms macht. Ich kann ohne. Ich bin jetzt gleich mal verrückt und mache noch mehr Bohrer, sobald die Kohle wieder stimmt. Wir müssen ja eigentlich hier alles nur aufbohren. Mehr müssen wir nicht machen. Geh nach Hause. Ja, schafft er noch. So, verbesserte Vergiftung am Anfang hier oben. Oh, ich muss einen zurückrufen. Wäre gefressen. Okay. Okay. Oh, geht auf den, bitte. Gut, dass wir schon die Kernreparatur haben, ne? Oh, komm. Gut, die Knarken haben wir noch nicht zusammen. Oh, sollte gucken nicht, dass hier ein Durchbruch kommt, ne? Oh, okay. Oh, sechs. Nicht dein Ernst? Aber wir haben kaum... ...Proben gesammelt, ne? Da kommt noch alles hier. Die werden gleich angekokelt. Jetzt kriegen sie den aber kaputt. Ja, genau. Und da direkt ein Angriff. Das war's. 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 Das war's.